Ich suche den Funktionsterm von dieser Funktion, ich habe hier den Graphen gegeben, f von x ist gesucht und ich sollte erkennen, ich habe hier zwei Nullstellen, die sind spannend und diese Nullstelle ist eine doppelte Nullstelle, also zweifach und die andere ist eine einfache Nullstelle, einfach und das erkläre ich jetzt nochmal, wenn ich hier mit der Lupe draufgehe auf diese doppelte Nullstelle, dann schaut die doch aus wie eine Parabel. Und eine Parabel ist ja so eine x²-Geschichte, 2, was dünneres, so dünner, x², so, ja und deswegen zweifach. Und jetzt gehe ich da rüber zu der anderen Nullstelle bei 3, auch wenn ich es groß vergrößere, dann schaut es doch aus wie eine Gerade, so ein y ist mx plus t, ja und das ist ein x, x hoch 1 quasi und deswegen ist das eine einfache Nullstelle. Eine dreifache Nullstelle würde dann so ausschauen, irgendwas mit x hoch 3. Okay, und das weiß ich jetzt, also zwei Nullstellen, zweifach, einfach und dann lässt sich die Aufgabe, nämlich das, ja jetzt wieder weg, lässt sich die Aufgabe ganz gut bearbeiten. Dann weiß ich, f von x ist gleich eine doppelte Nullstelle bei 0, x² mal bei 3, x minus 3, hier einfach. Was ich jetzt nicht, also hier mache ich mal den 1er hin, den kann man sich ja sparen, aber den kann man ja auch denken. Also wenn ich hier für x3 ansetze, wird es 0 und wenn ich für x0 ansetze, wird es 0, Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Ich habe hier so ein Mal, deswegen geht es so. Was jetzt noch fehlt, ist hier so ein a, so ein Formfaktor, da suche ich mir einen markanten Punkt, zum Beispiel den hier. Das ist der Punkt 1, 2, 1, 2, dann drunter malen x, y, ich schreibe das hier nochmal hin mit f, Doppelpunkt y ist a, x² mal x minus 3. Jetzt setze ich ein für x, setze ich den 1er ein und für y den 2, also 2 ist a mal, 1² ist 1, mal 1 minus 3 ist minus 2. Und wenn ich das nach a auflöse, kommt raus, also dividiert durch y minus 2, dann bekomme ich a gleich minus 1 und damit kenne ich die Funktionsgleichung. Ich habe hier einfach ein Minus und fertig, das war's, genau. Vielleicht so allgemein, das ist eine typische Polynomfunktion dritten Grades. Also wenn ich das jetzt hier ausmultipliziere, könnte ich ja, dann hätte ich y, ein bisschen Platz da unten, so, ausmultiplizieren. f von x gleich minus x hoch 3 plus 3x², also Polynomfunktion, sowas wie a, x hoch 3 plus b, x² plus b, 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 b. Ich habe hier keine Wurzel, ich habe kein 1 durch x und wenn man den Graphen sieht, sollte man schon in diese Richtung laufen, weil eine, so eine gebrochenrationale Funktion, die haben meistens, haben die meistens irgendwie so Unendlichkeitsstellen, das sind die gebrochenrationalen Wurzelfunktionen, schauen meistens irgendwie so aus, Sinusfunktionen sind Wellen und 2 hoch x, das sind ja immer so irgendwie Funktionen, die, also Exponentialfunktionen laufen meistens so. Und diese Funktion ist sehr typisch für eine Polynomfunktion dritten Grades.